Okay, wir hatten im Video 1, hatten wir einfach nur den geschlossenen Schlag und den offenen Schlag. Dann haben wir noch mit den Tipps gearbeitet. Und in dem dritten Video können wir noch den Offbeat betonen, indem wir mit dem Schlegel auf den Rand schlagen beim Offbeat. Die 1 und die 2 und die 3 und die 4 und die 1 und die 2 und die 3 und die 4. Okay, dann viel Spaß beim Üben.